Grüß euch alle miteinander zu Winningers Wirtshaus Weisheiten vor unserem Heimspiel gegen SC Fährl. Die Fährler spielen hauptsächlich das 4-3-1-2 System, die sogenannte flache Raute. Ein System, das eher selten gesehen wird, zumindest in der dritten Liga. Das verlangt wahnsinnig hohe Spielintelligenz, viel Laufleistung von der Mannschaft, die es spielt. Sorgt aber für absolutes Spektakel auf dem Platz und ist durchaus ein sehr, sehr attraktives System. Gegen den Ball pressen die Fährler im Allgemeinen sehr hoch und aggressiv gegen den ballführenden Aufbauspieler. Gleichzeitig werden die Passwege ins Mittelfeld bzw. dorthin versucht zuzustellen. Die Defensivlinie agiert sehr hoch, damit das Mittelfeld eng gehalten werden kann. Kommt der Gegner da raus aus diesem hohen Pressing, ist das Rückzugsverhalten der Fährler sehr diszipliniert, allerdings auch situativ. Die Verschiebungen hängen immer davon ab, was der Gegner versucht zu spielen und richten sich nicht so stark nach einem wirklich taktischen Defensivplan. Große Vorteile hat das System, das Fährler da spielt, dabei, dass man es gut schafft zu verdichten, wenn es denn sein muss. Bei eigenem Ballbesitz schaut es so aus, dass Fährler auch gerne mal den Ball hat. Die sind die Mannschaft mit dem höchsten Ballbesitz in der Liga. Da setzen die Fährler dann auf die dynamische Dreierkette. Das heißt, einer der drei Spieler aus der Reihe im defensiven Mittelfeld kippt ab zu den Innenverteidigern und beide Außenverteidiger schieben nach vorn. Im Normalfall sehen wir ja bei der dynamischen Dreierkette, dass der Mittelfeldspieler normal der tiefe Sechser ist, der dann zwischen die zwei Innenverteidiger abkippt. Bei Fährler ist es ein bisschen anders. Da nimmt einer der beiden Spieler auf den äußeren Positionen in dieser defensiven Dreierkette die Rolle des abkippenden Mittelfeldspielers. Und spielt das Ganze dann asymmetrisch ein bisschen vor den beiden Innenverteidigern. Bei Fährler ist es meistens der Maile Corbos, der da als Regisseur aus der Tiefe quasi agiert. Und sobald der dann eine Möglichkeit sieht, das Spiel zu eröffnen, geht es brutal schnell dann nach vorn. Das kann lang sein, das kann diagonal auf dem halben Weg. Alle Möglichkeiten stehen da offen. Fährler variiert im Zentrum sehr stark. Das heißt, die verbliebenen drei Mittelfeldspieler, also der Zehner, der tiefe Sechser und der Achter, die wechseln da ganz gut die Positionen, um Passwege für oder aus dieser dynamischen Dreierkette zu ermöglichen. Am stärksten sind die Fährler ganz klar im Zentrum. Sobald das Spiel dann eröffnet wurde, rückt nämlich der Corbos da auch noch auf. Und dann haben wir drei offensive Mittelfeldspieler im Zentrum. Die beiden außen auf den Flügeln, zwei Stürmer vorne drin. Dieses System entwickelt eine wahnsinnige Wucht. Ist jetzt allerdings auch gegen den Ball im Umschaltspiel brutal anfällig. Das zwingt die Fährler natürlich dazu, dass sie mit hohem Pressing agieren, bis die Schienenspieler auf den Außenpositionen wieder zurück in der Defensivlinie stehen. Fährler agiert da grundsätzlich mit einer Mischung aus Mann- und Raumdeckung, um den Gegner zu langen Bällen zu zwingen und dann möglichst schnell quasi den zweiten Ball sich wieder zu erkämpfen, um sofort wieder Umschaltspiel nach vorne für Fährl zu ermöglichen. Das ist ein sehr kräfteraubendes Spiel, aber die Fährler haben das grundsätzlich ganz gut drauf, dass sie das auch über 90 Minuten aufs Feld bringen. Im letzten Drittel verteidigt Fährl dann mit zwei kompakten Ketten vor der eigenen Box. Kommt immer darauf an, was der Gegner bringt. Dann haben wir dann entweder ein 4-4-1-1 oder ein 4-5-1 vor der Box zu finden. Die Stärken und Schwächen vom System 4-3-1-2 Raute flach entnehmt bitte der Taktiktafel. Das ist diesmal das erste Mal, dass dieses System zum Tragen kommt. Von daher ist der Blick in die Taktiktafel möglicherweise für den einen oder anderen interessant. Wie kann man die Fährler knacken? Patentrezept gibt es da wohl nicht. Wichtig wird sein, dass man die eigenen Umschaltmomente und Kontersituationen mit vertikalem Spiel ausnutzt und so die durch das System entstehende dünne Restverteidigung möglicherweise düpiert. Das heißt, nach Ballverlusten, Gegenpressing in allen Zonen muss für die 60er wichtig sein, damit man Fährl überhaupt nicht ins Spiel kommen lässt. Das Fährl muss man präzise und schnell attackieren, damit man Tore schießen kann. Da Fährl auch in der Defensive relativ variabel spielen kann und auch sehr gern verdichtet. Das heißt, einerseits versucht defensiv personelle Überzahl in Ballnähe zu schaffen, andererseits aber gern auch mal Zonen blank lässt. Muss man schauen, dass man eben das genau ausnutzen kann. Im Positionsspiel geht es nur über Aktionen, wo man selbst schafft, Überzahl herzustellen. Das heißt, man wird auch selber hinten das ein oder andere Mal relativ offen dastehen. Weiteres Mittel, um gegen Fährl zum Torerfolg zu kommen, sind natürlich, wie gegen alle anderen Mannschaften auch, Standardsituationen, präzise gespielte, eckbärige, schlitzohrige Freistoßvarianten. Das kann ein Weg sein. Kommen wir zu den Schlüsselspielern. Bin mir noch nicht sicher, ob er spielt, aber Luca Umbehauen ist die Nummer 1, eines der größten Torwarttalente im Land vermutlich. Der US 22 kommt von Dortmund 2, hat da so gute Leistungen gezeigt, dass er des Öfteren auch als Ersatztorwart für die erste Mannschaft nominiert worden ist. Der ist wahnsinnig reflexstark, hat eine gute Strafraumbeherrschung. Timing bei 1 gegen 1 Situationen, wie viele junge Keeper, noch nicht auf Top-Tiveau, aber das ist die einzige leichte Schwäche, die er eigentlich hat. In der Abwehr, der wurde zwar im letzten Spiel nicht berücksichtigt, aber haben wir dann den Daniel Mikic, der ist der zweikampfstärkste Defensivspieler bisher bei Verl und hat Karrierewerte gegen einen Ball, die sind unfassbar gut. 79% gewonnene Zweikämpfe in der 3. Liga als Karrierewert ist ein Wahnsinn. In dieser Saison hat er erst 63, aber trotzdem ist er der zweikampfstärkste Defensivspieler bei Verl. Sein größtes Manko ist eigentlich eine gewisse Schwäche in Luftduellen und auch im Aufbau ist er nicht mehr so involviert wie noch in den Jahren davor. Da ist er jetzt in der Spieleröffnung meistens der Meil-Korbus durch die dynamische Dreierkette der spielgestaltende Mann. Der ist auch das absolute Herzstück im Mittelfeld des Fährler-Spiels. Der ist wahnsinnig intelligent. Wenn Fährl die dynamische Dreierkette nutzt, ist er eben der, der in die Abwehr abkippt. Der führt von hinten raus Regie, was den Angriffsaufbau im Positionsspiel anbelangt. Obendrein ist er auch noch torgefährlich und ein guter Vorbereiter. Sobald er das Spiel eröffnet hat, tritt er mit den Weg nach vorne an. Zwei Tore, zwei Vorlagen hat er schon. Er ist sehr passsicher, sehr kopfballstark, hat ein gutes Stellungsspiel, aber Defizite im Zweikampf gegen den Ball und auch offensiv ist er jetzt nicht so der Dribbelkönig. Der weitere Schlüsselspieler im Mittelfeld wäre Oliver Batista Mayer. Der ist wahnsinnig passsicher, hat eine hohe Schussgenauigkeit, ist brutal dribbelstark, war in der Jugend bei den Nachbarn aus der Seitenstraße. Er gibt bei Fehrl so eine Mischung aus Zehner und Schattenstürmer, ist das wichtige Puzzleteil im stark besetzten Zentrum von der Offensive. Der hat schon dreimal Troffer und ebenfalls wie der Corbus zwei Vorlagen auf dem Konto. Haben wir dann noch im Sturm. Lars Lokoc war gegen Dortmund vergangene Woche zwar nicht im Kader, hat aber schon vier Tore geschossen und eine Vorlage. Der kommt, wenn er spielt, mit voll aufgeladener Batterie nach München. Kam aus der Regionalliga von Fortuna Köln, hat aber schon Drittliga-Erfahrung mit Zwick aufmachen können. Sein größtes Plus ist die umbandige Schussgenauigkeit, die er hat. Acht von zehn Schüssen, die der absetzt, verschaffen, dem gegnerischen Torhüter Arbeit. Der ist eher unauffällig, also ein Spieler, der nicht oft den Ball kriegt, aber wenn er ihn hat, dann brennt es Lichterloh. Die Möglichkeit, den unter Kontrolle zu kriegen, wäre, ihn in Mann-Deckung zu nehmen, sobald der Gegner im letzten Drittel steht. Aber in der heutigen Zeit mit der Art, wie defensiv gespielt wird, ist Mann-Deckung oft in der letzten Reihe nicht mehr umsetzbar. Kommen wir zum Fazit. Das wird ein brutal schweres Spiel am Samstag. Ich wünsche mir wirklich, dass wir drei Punkte holen. Ich glaube aber, dass das Spiel auf dem Messer schneiden wird, wo man vorher nicht sagen kann, wer am Ende als Sieger vom Platz geht. Ferl steht für Spektakel auf dem Platz. Das muss man mit Härte, Laufbereitschaft, Kampfeswillen und unbedingt Siegeswillen entgegnen. Sonst gerät man auf die Verliererstraße. Wie gesagt, ich hoffe auf volle Punktausbeute. Es wird brutal schwer. Allen Löwen im Stadion viel Spaß. Dene vom Fernseher natürlich auch. Schauen wir, wie es weitergeht. Und dann hören wir uns am Dienstag vor dem Spiel gegen Ulm. Vier Zeichen. Dene vom Fernseher aus am Dienstag. Dene vom Fernseher. Dene vom Fernseher. the Lauf r S Untertitelung des ZDF, 2020